Ja, jetzt habt's mich aber wieder voll erwischt, liebe Freunde. Hier ist der Mann der guten Laune. Hier ist euer Andi. Und richtig, wir kehren jetzt in uns und genießen die Ruhe. Denn wir machen Ommmmmm. Nach einem anstrengenden Arbeitstag nehme ich mich mit auf eine Reise der Entspannung pur. Wer kann das besser als euer gute Launeboy? Hattet ihr heute einen anstrengenden Tag? So, setzet euch oder lehnet euch zurück in euren Stuhl, so wie ich es mache. Schließe die Augen, öffne die Augen langsam. Genießt diese wundervollen Klänge im Hintergrund. Setzt ein Grinsen auf und sagt, dieser gute Launeboy, der ist der Bröllerknüller. Er bringt mich jedes Mal zum Lachen. Er versüßt mir den Tag. Nein, Freunde. Es ist wirklich so. Nicht nur, weil ich es sag. Und ihr merkt, wie eure Muskulatur der Nacken, wenn ihr drüber fahrt, merkt ihr, wie ihr sich lockert von der Verspannung, die ihr automatisch ein Grinsen über eure Lippen zieht. Lieber euer Gesicht gleitet, wie ein Bügeleisen über die Klamotten gleitet. Holt tief Luft, atmet tief ein und wieder aus. Oh, ist das nicht ein Augenschmaus? Der gute Launeboy ist da. Und er spricht zu dir. Ja, wäre das schön, jetzt noch eine Flasche Bier. In diesem Sinne, glückt der Yogameister sich nun aus und sagt, Piep, 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 der gute Launeboy, der hat euch mega, mega lieb. Ich wünsche euch einen entspannenden, erholsamen Abend. Schaltet wieder ein, wenn es heißt, der gute Launeboy. Bleibt für euch treu und bleibt sich seiner Linie treu und nehmt euch wieder mit zu einem nächsten Spektakel. Dann wird's auch wieder ein Hit. Bis dahin, piep, 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 ich hab euch mega, mega lieb. Ich grünße von ganz nah. Hallo Mädchen, Mädels oder Mädchen. Und von ganz fern, denn der gute Launeboy hat nicht nur die Mädels, sondern auch die Jungs ganz gern. Bis dahin laufen wir noch einmal den wundervollen Klängen. Nehmen noch ein paar Atemzüge des tollen Duftes und gehen und kehren noch einmal in uns und sagen, Mein Gott, ist der gute Launeboy gut drauf. Und du kannst das auch, indem du wieder eine Folge von mir anschaust. So, jetzt seh ich nix mehr. Jetzt sind wir raus. Sag danke fürs Duhören. Bis zum nächsten Mal. Euer gute Launeboy. Mann, ist der Typ genial. Mann, ist der Typ genial.